So, ich bin wieder da. Ich habe mich jetzt wieder eingeloggt und ich habe gesehen, man kann nur zwei Charaktere spielen. Also sprich, ich habe einen vorgefertigten und ich werde noch einen erstellen. Keinen vorgefertigten, ich werde dann nochmal spielen mit einem fertigen Charakter. So, dann gehe ich mal auf Spielen. Ich habe auch gesehen, dass die Musik ein bisschen zu laut war. Oder gesehen, gehört, dass die Musik zu laut ist. Die werde ich jetzt ein bisschen runterstellen. Und wenn ich in dem Spiel drinne bin? Ach, das ist gut. Sehr gut. Da ist die Lautstärke des Films. So auf die Hälfte ungefähr. Sprachlautstärke. Habe ich schon mehr. Ich werde hören, was passiert ist. Musiklautstärke. Musiklautstärke. Das ist ganz leise. Und das ist ja. Geh mal schon weiter runter. So, ne? Ah, sprachlautstärke. Ein bisschen lauter. Perfekter auch. Ne, machen wir so. So. Jetzt noch was ändern. Annehmen. Jawohl, annehmen. Vollbild, blablabla. Okay, lassen wir alles. Annehmen. Annehmen. Ah, okay, wir müssen abbrechen. Okay. Abbrechen. So. Mit WASD läuft man. Habe ich nicht Kampfkunst genommen? Soll ich ja noch laufen? Ah, da steckt immer dahin, wo ich hingucke. Durch dahin. Oh. Und der schießt. Okay. Dann schauen wir mal. Warte, die Maus bewegt sich ein bisschen zu schnell für mich. Einstellung. Maus. Empfindlichkeit. Mal ein bisschen weniger. Joystick aktivieren. Soll ich mein Joystick anschließen? Nee, erstmal nicht. Ich spiele erstmal mit Maus. Annehmen. So. Das ist ein bisschen zu langsam nutze. Hm. Einstellung. Steuerung. Annehmen. Abbrechen. Okay. Das ist gut. Ja. Die Tür ist ja noch nicht aufgeknackt. Also bei Kampfkunst hat man anscheinend auch Waffen. Mach dich bereit. Und ein Doppelsprung. Oh. Da kommen Waffen rein. Okay. Easy get wrecked. Und da hinten ist noch was. Ach, ich kann ja fliegen. Wie hab ich denn das gemacht? Superman. Yippie. Okay. Ich weiß leider nicht mal wie man da absteigt. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich fliege gerne. Alles kaputt hauen wir erstmal hier. Vielleicht gibt es da ja irgendwie was drinne. Zum Looten. Ich weiß ja noch nicht mal ob man hier noch looten muss. Okay. Die muss man aber schon lauter machen. Ich hab grad gar nichts gehört. Nee, noch nicht. Lass mich hier. Wie landet man? Erstmal jetzt die Sprache lauter machen. Hier wieder Einstellung. Benutzer. Sprache. Sprachlaut. Sprachlaut. Stärke. Mal genauso wieder Filme. Halbe Stärke. Müsste glaube ich passen. Okay. So, dann. Hauen wir mal den jetzt nicht aus. Nee. Ich glaube ich muss hier weg. Das war ein Aufseher. Holen wir dich erstmal aus ihrem Patrouillabereich. Such nach einer Transportröhre über dir. Die verlaufen kreuz und quer durch das Schiff. Benutze sie um vorhandzukommen. Äh, drücke einfach mal in Bewegung. Ah, mit der F lande ich. Und mit der fliege ich. Gut zu wissen. Also F für fliegen. Einmal gut merkt. So. Oh, Kraftpunkte. Man muss also Fähigkeiten verteilen. Fähigkeiten. Kronenkraft. Fauna. Flora. Ah. Auf was gehe ich? Gehe ich lieber auf. Flora. Auf Fauna. ok hier kann ich glaube ich noch nicht rein weil die anderen waren so nee geht nicht gut also kronkraft oder flora oder fauna spielt man mit giften ok das ist eine heilerkraft hier fauna ich bin aber ich mache ja erstmal nur so und deswegen aber das so let's go warte mal war noch was gewesen k kräfte verteilt fähigkeiten waffen kampfkunst fähigkeiten fliegen ok ich hab da noch einen punkt heißt das so viel habe ich gehabt und ich weiß es nicht na gut ok muss ich noch mal schauen dass ich mir in ruhe durchlesen alle einheiten das objekt befindet sich nicht länger in den hauptkorridoren durchsucht das schiff jetzt werde ich erstmal ein bisschen spielen mit versehen was spiel ist und wenn ich mir das in ruhe durchgelesen ab und soll ich euch muss das gesamte schiff ist mit bringe verbunden du musst in bewegung bleiben mach dich bereit das schiff schickt dir weitere sicherheitskräfte auf den hals das funkelt hier ganz schriftlich bewegung in den korridoren geordet halt den menschen auf vor dir liegt ein hoch sicherheitsnetzwerk geh hin und benutze die transportröhre die leute ran ziehen mit meiner fähigkeit und dann haue ich das noch ja muss darunter warten oder hoch da 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 ach nee drücken muss ich dafür landen ach eh halten auch noch wei zustellung einer wahren lieferung von der erde alle einheiten in position gehen mensch festhalten mensch festhalten bin kein mensch ich bin ein superheld fliegen das 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 So, also Fähigkeiten, die ich bislang habe, finde ich eigentlich richtig cool. Okay, dann fliegen wir mal weiter. Immer den X hinterher. ...Energiesignale. Brainiac hat eine komplette Invasionstruppe auf diesem Schiff. Wir müssen es zerstören. Achtung! Menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt! Hilfe, äh, ist das da? Schiff? 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 Okay. Okay. Hier geht es weiter. Der Schaden auf diesem Schiff erhöht sich ständig. Flüchtlinge unverzüglich vernichten. Schaden erlitten. Kritischer Schaden. Ziel in Sicht. Ob er bei einem anvisiert ist, dann geht er genau um auf den da. Anvisiert ist. Gut. Dann kannst du schon mal die ganze Zeit weiter klicken und... Dann brauchst du schon mal den nächsten suchen. So. Oh, das war's jetzt so. Immer noch nicht. Geil für Feind an. Geringer Schaden. Geringer? Protokoll Alpha eingeleitet. Ich brauche Unterstützung. Ziel Koordinaten übertragen. Ziel in Sicht. Systeme versagt. Leistung eingeschränkt. Yeah. Und wieder Level Up. Tür geht auf. Wir fahren hier, fliegen hier. Schnell weiter. Also das ist glaube ich nicht, nichts für... ...Evelemte gar. So viel... ...Farbwechsel wie hier drin ist. Die Hauptwaffe des Schiffes ist die Haube raus. ...Zerstöre sie. Dann trifft das äußere Verteidigungsnetze des Schiffs zusammen. Wann kann die League reinkommen und dich rausholen? Komm her, ich wollte mich nicht aufhören. So. Wann ist denn die erste Mission hier fertig? Ich dauert aber ganz schön lange hier. ... Ich weiß nicht gerade der erste Boss gewesen. Systeme beschädigt. Zweifel? ...Präparaturen eingeleitet. Oh ja, ranziehen, ranziehen. Lass den Häftling nicht in den Hauptwaffenkontrollraum. Schäden an den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. Sei nicht töricht, Mensch! Du kannst die Umwandlung nicht stoppen! Du befindest dich im Verbindungsstück. Zerstöre alles, was die Waffe mit dem Schiff verbindet. Also alles. Zerstören wir alles. Kopplung zerstört. Stabilität bei 75%. Stabilität jetzt bei 50%. Häftling aufhalten. Es ist nur noch eine Kopplung übrig. Enttäusche Brainyard nicht. Hey, keiner mehr da? Ja, die Kanone fällt. Sie kracht in Brainyaks Flasche da unten. Du wirst dich unterwerfen! Hat der auch super Kraft? Da ist er. Von ihm heranziehen kann ich den. Von ihm. Innen Sie haben. Wer wird den! Von ihm. Der. Ja, ich warte. Verst du mich. Ich bin schon gespannt. Ich bin von ihm. Ich binhörter. Ich bin zu ihm. Ich bin echt verruft. Ich bin hier. nein dieser ist gescheitert herunterfahren ich bin noch nicht super ein eigenes schicksal besiegelt du wirst mit dem schiff untergehen falsch gedacht du kannst uns nicht beide besiegen wir gehen nicht bis wir dieses schiff ausgeschaltet haben für immer auch ohne randgeblick sehe ich dass du nichts wie es schein verstehst du nur Was mehr? Das Schiff wurde kompromittiert. Meine Einheiten müssen evakuieren. Komm zu mir. Du bist von mir eine Umarmung. Keiner will von mir umarmt werden. E. Gute Arbeit. Brainiac hat nicht damit gerechnet, dass du dich befreist und sein Schiff ausschaltest. Benutze jetzt den Teleporter und kehre in die Stadt zurück. Es gibt Arbeit für dich. Teleporter. Fertig. Superman wird es zu Ende bringen. Benutze ein Teleporter. Wir konnten seinen Angriff nicht standhalten. Doch nur die Götter können Welten erschaffen oder vernichten. Und Brainiac ist kein Gott, nur ein Monster. Durch den Mut eines einzelnen Mannes haben wir nun ein Heer von Helden, um Brainiac aufzuhalten. Gemeinsam werden wir Tyrannei bekämpfen. Durch Brainiac. Oder jeden anderen falschen Gott. Oder jeden anderen falschen Gott. Als Wonder Woman weiß ich, dass wir alle unsere Bestimmung haben. Und für diese Helden ist es das Streben nach Höherem. So. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier wieder einen Cut. Das war jetzt der zweite Teil. Ich hoffe, ich habe euch gefallen. Und ich denke mal, jetzt sind wir auf der Erde, oder? Ah ne, warte mal, ich muss ja noch eh drücken. Ich muss ja noch auf der Erde fliegen. Woah. Glückwunsch zur Flucht von diesem Schiff. Ich bin Oracle. Du wurdest gerade ins fünfte Bezirksrevier des MPD teleportiert. In einen Unterschlupf der Justice League, über die wir in ganz Gotham und Metropolis verfügen. Soll ich dich rumführen? In den Unterschlupfen findest du Kontaktpersonen für Missionen, die Postfächer, Händler und den Teleporter zum Wachtturm der Justice League. So, und das werde ich jetzt beim nächsten Mal mit euch weitermachen. Ich werde mich jetzt hier auslocken. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.